Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft und ich glaube jetzt schon die ähm 13. oder 12, 13 oder 14. so irgendwas in dieser Baureihe bin mir nicht ganz sicher aber äh wer die letzte Folge gesehen hat das war ziemlich knapp oh 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 ich lass das lieber ich lass das lieber äh hab ich hier ja ich hab der Maid OH 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 4 ich werde von oben ich werde von oben gefickt ich werde von oben gefickt äh Alter ich weiß überhaupt nicht wo ich bin kennst du das Video mit mit der Biene du wirst gefickt das hat uns letzt mal ein letztes Mal ein Lehrer ein Lehrer gezeigt ne ey wir haben so coole Lehrer so ich hoffe ich hoffe es geht gut Alter sonst baue ich mich hier wieder ein oh das war grad echt knapp ne das war echt heftig dann ist noch so ein Creeper vor mir explodiert Alter oh heftig ich glaub ich glaub ich lauf wieder zurück Alter ich hab keine Fackeln sonst könnte ich hier die äh diesen Dings hier wär aber noch ein bisschen ähm Eisen und zu Zeug in dieser Höhle wow what the fuck Creeper das kann man da mal mitnehmen ähm äh und ich muss jetzt also ich baue hier zu dann ich baue zu aber hier hier könnten wir wirklich ne XP Falle bauen hier ist ne Doppelkiste drin ne XP Falle bringt eigentlich gar nicht so viel halt okay wir haben zwei drei Sattel ein Buch ein Buch oh man Alter ich hoffe ich hoffe man kann das Leben von einem Pferd wie der Regenerie Reg ah scheiße ach mein aber was soll ich da lassen das hier dann nehm ich mal okay oh 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 Kevin das wird dich freuen was ihr habt ein Buch und das ist bezaubert ne ja was ich sag ich lese es dir gleich vor aber das kriege ich schon Glück oder Verbannung äh Verbann Verbann Verbrennung Verbrennung oder Verbrennung Stärke Verbrennung 2 Stärke 3 Glück 2 das gibt ein Problem das können wir das können wir nicht auf ein Buch tun halt das können wir nicht auf eine Spitzhacke tun das können wir auf gar nichts tun das Buch bringt uns nichts wieso weil es was für ein Bogen, Schwert und Spitzhacke ist bringt uns nichts echte Würfe nicht kann man nicht na ich glaub ich war das war ein Spaß aber es müsste gehen kann man nicht irgendwie trennen oder so ne das geht aber Verbrennung ist Verbrennung ist halt saugut für den Bogen das wäre echt geil und Stärke dazu noch okay hier liegen lauter Bogen rum ähm weißt du das mit dem Glück das bekommen wir auch sonst hin wo alter Alter hier geht's hier ist ein scheiß Enderman wo ist der Alter jetzt packe ich hier in der Wand rum oder irgendwas Alter ich lauf irgendwo mal wenn ich weiß nicht wo ich bin so hier liegen lauter ähm ich versuch die Pfeile hier mitzunehmen ich hab jetzt schon 33 davon oh mein Gott nein Pferd bleib hier äh was nehm ich hier nicht mit das nehm ich hier nicht mit Pferd was hat das jetzt gespawnt Pferd ich mach das jetzt mal geh da rüber hier in der Kiste wären eigentlich gute Sahnen drin ja nimm die mal alle mit ja ich hab keinen Platz halt ähm das heißt gut äh ich hab noch 2 ah Sattel haben wir eh genug eigentlich hier haben ja noch 2 Sattel und 2 aber wir kommen eh wieder hin hier hin sag ich mal okay ich bin hier bei einem Eichen halt Eichen was glaube ich ähm Schwarz Schwarz Eichen also ich hab mittlerweile schon äh fast voller Bogen ich warte oh ich hab ziemlich wenig in vollen Bogen wo bekomme ich den du kannst ja nicht scheiße ich kann nicht bogen ja äh ja ich weiß nicht wohin ich weiß nicht wo ich bin ich bin hier irgendwie nur mit Pferd doof rum in da what the heck what the heck mein Pferd nein Bernhard was Bernhard ich nenne mal Pferd Bernhard was wir eigentlich richtig richtig Alter auf wo wir waren vier spielettet oder so Alter ich weiß nicht wo ich bin man scheiße ja ich weiß gar nicht so heftig ist das jetzt auch nicht ich glaub die haben so teilweise das selbe wie geht das überhaupt wo wo hochschade du scheiß Pferd ohm da ohm da ohm da me ich verrät gleich und ich weiß nicht wo ich bin oh Glück da fällt wieder irgend so scheiße der Luft die Warte muss schnell was ist zum Wies geht es raus der Werner ja definitiv mich schwertig kaputt Oh ja ich weiß wo ich bin ich bin an meinem Zuhause vorbei gelaufen ich würde ich bin so durch ok es regnet wieder nein Alter oh mein Gott Bernhard bring dich in Sicherheit oh mein Gott alter scheiße Alter ich schwör Bernhard wie er fast verrückt der Berner äh wo muss ich glaube ich muss da oder da da nämlich der Pilz hab ich nicht mehr aufgenommen kann ich jetzt hier das mitnehmen ok die greift nicht mehr so ich mach mir jetzt gleich einen Bogen what the heck creeper mal wieder alter oh mein Gott einfach mal zwei spinnen einfach mal zwei spinnen okay eine ist so gut das geht nur mit einem Diamantschwert habe ich das Gefühl was äh so ja egal creeper direkt mit einem Dings killen halt mit mit einmal ranrennen sage ich jetzt mal mhm okay ich bring das Pferd jetzt in seinen Stall in seinen Stall äh so jetzt komm ich raus ja das war jetzt grad ein richtig guter Fund wir müssen nur schauen dass uns das in Erinnerung bleibt ja sonst können wir die eigentlich bin ich auf dem Weg gegangen um Sand zu sammeln ich hab ne Enderjazz gemacht egal ne oder ja mit was wird denn das gemacht eigentlich äh mit ne mit Obsidian mit Obsidian ne Enderperle und die Enderperle musst du zu oh mein Gott ne Hexe ich hasse die Viecher ich hasse die Viecher zwei Hexen äh so ich mach so ich tue jetzt erstmal das Zeug oh mein Gott oh ne Spinne ich komm dir helfen oder hast du alles unter Control? ne 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 ich werde sterben ich hung okay Glück gehabt dein ist nochmal ne Witch Winch ja ne egal scheiß Ding hey das meine ne ach oh man ich bin wieder vergiftet ja wir haben Closed oh yeah ja schau ich hab hier eine Enderjazz ich finde das eigentlich ich finde das eigentlich ganz gut ich finde das eigentlich ganz gut ich finde das nicht gut äh wir haben jetzt ziemlich viel ihr habt 41 Pfeile 37 Knochenmehl äh Knochenmehl sag ich schon einfach nur Knochen halt ich bin einfach nur dumm ja ich hab eh müssen wir nicht die Folge bänden ne ne wie achso genau wir haben zuerst neu gestartet mach ich bin so doof ich hab 3 oder 4 Bäume schwarz Eichen abkackt ich hab aber kaum Platz im Inventarkett und jetzt liegt es immer noch dort ja dann geh noch mal schnell hin ja ich weiß nicht wo das war ja ich warte mal hier gib mir mal das ja ok gib mir das mal gib mir das mal gib mir das mal gib mir das mal so so hier bekommst du die Erde hier bekommst du die Erde ja das sind so geil da sind so geil warte das hab ich wieder aufgenommen nimm das mal ok warte warte ich hab den auch Kisten ja das heißt ich mach das mal ach meine Güte alter das war eine knappe Geschacht hey hier irgendwo müssen wir den Eingang machen das halt ich mach hier jetzt mal so ein Loch rein das ich hier durch kann was ich hab hier so ein Loch durchgemacht also nicht das Glas weg getan aber halt so so dass ich hier durch kann ja und ich probier jetzt mal einen Amboss zu machen einen Amboss du brauchst drei ähm drei äh was wollte ich dann jetzt drei drei Blöcke die musst du oben hinsetzen hast du noch Eisen das ganze oder wo ist denn das hin wir haben doch so viel ähm ich glaub ich ja das ist bei mir hier drüben ich mach schon ich mach schon mal einen Amboss äh so dann mach ich das ganze Zeug mal hier rein äh was wir nicht brauchen das kann ich hier mal lassen das hier 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 was ach so ich hab nur gesagt das ist die eine ich glaub nicht äh so ja ich weiß nicht weil es nicht weiß ich habe oder Melonen Melonen auch gut Neemil und ist gar nicht so gut sehr gut schon aber von denen kriegt man ziemlich leicht ziemlich viel ja aber Kartoffeln er ist natürlich wir können das durch ja dass ich einfach nur durch kann halt das ist nicht jetzt so und ja weiß was du noch um Steaks oder so etwas ja auch erstmals ich hab 16 Rohrfleisch ja dann gib mir mal alles mit dann werf ich das drüben dann werf ich das in den Ofen ich hab hier selber einen Ofen ich hab die Acht hinter dir hingelegt oh man leg hat gelegt so was wieso bin ich jetzt rüber gekommen irgend das wollte ich mitnehmen Anbost ich hab dir schon gehört ach hast du schon gemacht okay ja dann können wir eigentlich hier hier ist hier will ich irgendwie schau ähm dass irgendwie hier so hier einfach nur so ein Portal oder mal also dass hier nichts so ist mehr eigentlich dass hier nichts mehr ist okay ich warte jetzt muss ich mal jetzt muss ich mal gugsen was ich mach so ähm auf was soll ich denn den oder auf was soll ich das Buch verzaubern aufs Schwert oder ähm definitiv auf die Spitzsacke auf die Diamantspitzsacke okay ist die bei mir ne die ist drüben ah oh warte ich bring sie dir ja bitte ja wir müssen jetzt gleich mal enden wir sind bei 12 Minuten das heißt das heißt meine lieben Freunde d es ist gleich vorbei Das ist ein Schmini-Diamann-Spitzakel. Äh, so... Also nur so als Schmini, gell? Geht das? Das würde gehen. Aber dann ist nur Glück oben. Eben, nur Glück. Aber es ist wichtiger, dass... was für Glück ist oben? Zwei. Ja, okay, mach. Geht das so? Geht nicht. Ja, ich mach das jetzt einfach. Und den gibst immer bitte. So. Wir könnten eigentlich einen Diamant... Ja, okay, Schwert müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Das können wir halt später machen. Jetzt haben wir halt die anderen zwei Sachen nicht mehr, eigentlich. Ja, das ist schon klar, aber das bekommst du ja auch. Es ist nicht so, dass du das nie bekommen würdest. Ach so, hier ist ein ganzer Bogen. Der nehm ich. Ja, das ist der, was ich... 41 Pfeile! Ja, hab ich ja gesagt. Da waren so viele Skelette. Okay, ich wandel mal das Knochenmehl um. Halt die Knochen in den Knochenmehl um. Passt das? Ja. Ja. Für was anderes kann man es eigentlich ähnlich gebrauchen, ne? Nö, eigentlich nicht. Also es gibt es nicht so viele Möglichkeiten eigentlich. Äh, und wir müssen... Oh, schon beenden, weil wir sind jetzt schon 14 Minuten vor lauter Bauern. Schau ich nicht auf die Uhr. Das heißt, auf Wiedersehen und schaut euch beim nächsten Mal wieder ein. Ciao! Ciao!